Guten Abend meine Lieben. Diskussion ist jetzt ausdrücklich erwünscht, aber ich sag's gleich zum Thema. Und ich will hier nicht teilen, 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 Breaking News oder so ein Kram, sondern bleib beim Thema. Alle die sich nicht dran halten, die schmeiß ich eiskalt raus. Das reicht eh schon. Folgendes ist passiert. Ich bin ja Optimist war ich früher. Jetzt bin ich bloß noch Realist. Pessimist nicht. Es ist folgendes passiert und dazu bitte einfach ruhig und aufgeregt diskutieren. Ich habe zwei kleine Jungs gesprochen. Es war so ein typisches Gespräch, es war ein Zweitklässler, wie man so redet. Und dann kamen wir auf das Thema Farbe und dann sag ich, naja, Pink ist aber eine Mädchenfarbe. Und dann musste ich mir in vollem Brustton der Überzeugung von dem Kleinen anhören, nee, es gibt keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Ich sag, was ist denn das her? Wieso das ist doch so ungefähr? Weißt du denn das nicht? So kam der mir, so mit so einer Mine. Wieso aus der Schule? Ist doch ganz klar. Ja, deswegen finde ich, sollten wir auch was tun. Aber wie gesagt, haltet euch dran, was ich zu Anfang gesagt habe. Lasst uns das Thema mal durchdiskutieren. Hier sind ausdrücklich zum Thema Diskussionsbeiträge erwünscht, sonst nichts. Wenn wir was tun, dann machen wir das, wie wir es in der Videobeschreibung machen. Und wie man da hinkommt, werde ich jetzt den Link hier anfügen. Link dazu, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, um zu gucken, was wir tun. Und dann, na dann, Feuer frei, lasst die Tasten glühen. Wahnsinn, da fällt mir nichts zu ein. Also habt einen schönen Tag, schönen Abend und glühende Tasten bitte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was, aber macht es um Gottes Willen gut. Tschüss.